hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die jung brutal gut aus in zwei box von kollega und farid bang alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung ja der langersehnte nachfolger vom ersten teil jung brutal gut sind hat nun im februar 2013 sein release gehabt und es hat nicht ganz ein jahr gedauert im jenner 2014 wurde dieses album dann indiziert bedeutet es ist leider nicht mehr über den versandhandel zu bestellen und ja dementsprechend kann ich euch auch nicht die links in die video beschreibung packen wir schauen uns das ganze mal an jung brutal guter sind zwei schwarze hohe club box und auf der vorderseite sehen wir kollega und farid bang die beiden schriftzüge self mit records das label über das ganze released wurde und dann natürlich die beiden herren stilecht in pusher hoodies jung brutal gut aussehen zwei lesen wir hier auf der rechten seite nichts auf der linken seite jung brutal gut aussehen zwei und nichts oben nur schwarz und auf der rückseite das logo jung brutal gut aussehend diese zwei schrotflinten und die patronen rundherum und hier noch die credits self mit pusher und der ganze rest ok dann öffnen wir das ganze mal das ganze läuft so ab dass man hier aufklappen kann und das ist ein magnetverschluss sprich der schließt sich mal zu von selbst dann schauen wir mal was weil es in der box haben wir haben einmal ein t shirt die instrumentals eine und zwei programm karten ein poster und dann haben wir auf dieser seite noch das album das album ist hier in seinem schaumstoff rahmen eingefasst das ist in der box festgeklebt das heißt sie können das album natürlich machen wir hier hinein geben und hier ist ein quasi zweites fach wo eben der rest drin ist drin war dann könnte das ganze natürlich auch zu klappen ok wie immer fangen wir an mit dem album spiegelt leider sehr stark jung brutal gut aussehen zwar hier nochmal die beiden herren in pusher trainings anzügen diesmal auf der rückseite haben wir die tracklist 20 tracks sind ohne feature also kein einziges feature dabei wer sich den ersten teil erinnert da gab es ein einziges feature nämlich ein gesangs feature von billy 13 auf jungbrotal gut das sind zwei wirklich nur kollega und farid von den tracks die aufgelistet sind sind meine favoriten stiernacken kommando steroid rap town dini schläft vor allem die die hook also von von kollega finde ich extrem gut gelungen und ansonsten noch du liegst ja dann haben wir hier einmal das booklet gleich mal einen blick hinein werfen ok wie so oft haben wir die tracks einzeln aufgelistet inklusive der infos und hier noch aufnahmen von kollega und farid und hier diese einschuss loch optik weitere tracks nochmal die beiden herren inklusive porsche ich dürfte vom dynamit videodreh stammen hier nochmal farid alleine und ihr seht schon dieses schuss loch diese schuss löcher da diese optik zieht sich durch das gesamte booklet dann haben wir hier noch ein gewinnspiel welches wohl mittlerweile abgelaufen sein dürfte dann hier noch die dank sagungen von self made von farid und von kollega dann hier noch infos zum album der beteiligten beziehungsweise werbung für den self made shop und für jpg merchandise und hier dann natürlich auch noch pusher infos beziehungsweise merchandise fotos alles klar dann geben wir das booklet mal zurück in die hülle die cd an sich auch wieder mit dieser einschuss optik und guter sind zwei so sieht das ganze aus und dann haben wir natürlich noch eine zweite cd in diesem fall eine dvd nämlich die jpg 2 dvd da wird sicher das ein oder andere zu lachen geben wie auch schon den ganzen blogs und promovideos also farid man kann über den typen sagen was man will aber alleine für sein lacher ja ja also ich auch wenn das soll ich sagen so ein banger oder gangster rapper ist aber sein lachen klingt einfach für mich wie wie so ein kleines mädchen aber einfach extrem sympathisch muss man mit lachen feig auf jeden fall dann haben wir hier die autogramm karte von farid bang unterschrieben ebenfalls wieder im pusher hoodie und hier ebenfalls kollega in pusher die unterschrift von kollega feig extrem und ebenso über farid mit schwarzem edding unterschrieben und auf der rückseite langweiß dann haben wir die instrumentals zum album jung brutal guter sind zwei wieder 20 stück und so sieht das ganze aus also ihr seht schon diese einschlusslöcher ziehen sich wirklich durch und durch und das ganze natürlich in einer pupphülle ok dann haben wir noch ein poster dieses sieht so aus so ein hochglanz poster im querformat relativ klein und man sieht hier kollega und farid bang nebeneinander stehen ja ist natürlich ziemlich stark beeinträchtigt von diesen faltlinien aber ja sonst ein gutes motiv passt auf jeden fall zum album der zwei jungs mit bösem blick wie gesagt die faltlinien etwas störend aber ansonsten schönes motiv rückseite blank weiß ganz falsch zusammengelegt aber jetzt und dann haben wir als letzten bestandteil noch das t shirt dieser sieht so aus also wir haben hier kollega und farid bang abgebildet jeweils die gesichter und dann unten jpg2 stehen und alles in dieser rotlicht optik also schwarz und rot sehr schöne kombination neck print haben wir keinen und wir haben es hier zu tun mit fruit of the loom heavy cotton in größe L und das ganze wurde produziert in wo haben wir es marokko wir haben hier 100% baumwolle und ja hier noch die pflege und wasch hinweise alles klar dann schauen wir uns nochmal kurz an wie das t shirt getragen aussieht damit ihr hier einen besseren eindruck bekommt und so sieht das ganze dann getragen aus wir haben hier die beiden herren in diesem rotlicht abgebildet und unten noch der schriftzug jpg2 so sieht das ganze aus gefällt mir gut also wenn man nichts dagegen hat zwei herren auf der brust zu tragen zwei männer gesichter dann kann man das t shirt auf jeden fall gut anziehen und wie immer fassen wir zum abschluss zusammen was hier alles in der box befindet einmal dieses t shirt eben gezeigt dann die zwei autogramm karten einmal kollega einmal farid das poster im querformat und hochglanz einseitig die instrumentals in der papphülle und das album an sich inklusive der jpg2 dvd ja das natürlich auch noch dabei aber das ist wie gesagt werbematerial zeige ich mal das zähle ich jetzt nicht wirklich dazu gut das alles in dieser wunderbaren box jung brutal guter sind zwei von kollega und farid bang falls ihr das feiert falls die beiden herren unterstützen wollt ja ist die frage versandhandel fällt leider in diesem fall aus eventuell gibt sie noch irgendwo inoffiziell unterm ladentisch zu kaufen ansonsten ja supportet deren youtube channel oder facebook seiten wie auch immer das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao